Ich bin nicht mehr gegefällig, um es Schattenglück zu wenden. Ich bin nicht mehr geblieben. 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 Ich muss nicht mehr geblieben. Ich muss nicht mehr geblieben. Ich denke, dass es nicht hilft. Wir wissen, was zu tun, also wir machen es. Findet eine Chance, um uns selbst zu retten. Wir haben jetzt keine solide Läden. Wir würden lieber beobachten. Wenn du etwas herausfinden kannst, das uns helfen könnte, dann bin ich sicher. Okay. Komm, das ist ein kleiner Typ. Blablabla, wir sind getränkt, wir wollen uns reden. Und tschüss. Zerfleischter Fischer. Okay. Lagervorräte. Acht darauf, Nahrung und Getränke mitzunehmen. Weltfindest, du brauchst diese Vorräte, um während eurer langen Rast Gesundheit und Dögen zu sein. Okay. Äh, wir nehmen einfach mal alles mit, was geht. Er hatte nix. Fisch. Auch ein Fisch. Alles mit. Das möchte ich gerne mal lesen. Äh, und wir rudern die gespritzt ins Gesicht. Und wir rudern die... Sie stört uns nicht. Und wir rudern das Meer zu unseren Füßen. Und um Berli beruhigt den Sturm. Wellenmutter, äh, Wellenmutter, oh trage unseren Bug. Wellenmutter, Wellenmutter, wir fahren auf dir hin. Wir sind des Wassers Flug. Wellenmutter, Wellenmutter, versenk uns, wenn du willst. Wellenmutter, Wellenmutter, auf das unsere Schädel mit Schlack und Sand du füllst. Seelenlichten leben los, den Wind den bringet, um Berli alleine bloß. Äh, wir warten gerne Jahr und Tage, bis sie Wellen bringen mag. Hohe, sie führt die See, hohe, sie führt die See. Interesting. Warte mal, kann ich das, kann ich auch so, ne? Äh, ein salzbefleckte Sammlung von Seemannsliedern zu Ehren von Umberli, äh, der Göttin der Meere. Zack, okay. Zerfleisch da, Fischer, oh, Brief. Äh, Charakterbogen. Bücher, du hast ja momentan Bücher und Notizen lesen, die du aufsammelt, aufgesammelt hast. Okay, bitte weg da. Geben ist auch immer so schwierig. Ah, da. Boah, aber dieses Brrrr im Hintergrund ist schon ein bisschen strange. Ähm, Parfümmeter Brief, immer noch lesbar, trotz Wasserflecken. Sorry, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder, bis wir alt und grau sind. Ähm, wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Gate gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Lust. Verspäte dich nicht, dein Liebe, deine Anna. Meerkras. Ah, das können wir mitnehmen. Rezeptfreigeschaltete Suspensionen aus Meerkras. Wir plündern alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, sondern ansonsten auch noch mitlaufen kann. Ähm. Ist dafür schon leer? Wir kommen hier nicht... Doch, wir kommen hier tatsächlich sogar noch weiter. Ah, da vorne ist irgendwas. Ähm. Karte. Ach, da müssen wir hin. Und da oben ist... Okay. Mhm. Mhm. Nee, ich will ja noch nicht dahin, wo wir hin müssen. Das machen wir gleich noch. Und ein bisschen umsehen hier. Äh. Ein bisschen umsehen. Ah, okay. Wir kommen hier eh nur bis dahinten hin. Ist vielleicht ganz sinnvoll, ein bisschen ran gesummter zu spielen. Also nicht komplett mit Wegpunkt entdeckt. Der hat nix. Der hatte noch was. Alter Segelkreis. Äh. Ah. Okay. Das sind... Schneerreisepunkte. Mhm. I see. Die alte Tür könnten wir verwenden. Äh. Äh. Hisseter Strander. Schneerreise. Legende. Bündete Anzahl Gegner. Questmarkierung. Wer denn... Warte mal. Ich kann doch hier irgendwo bestimmt auch meine... Schneerreise zwischen Orten hin und her. Karte. Und ein basierter Modus. Kurze Rast zum Lager. Rast. Kampfprotokolle. Tagebuch. Zauberbuch. Zaubergen. Alchemie. Wegpunkte. Inspirationspunkte. Gruppengold. Aha. Und die Frage ist halt... Wo müssen wir lang und wo können wir lang? Guck mal, da sind... Gegner. Nein, doch keine Gegner. Doch Gegner. Ah ja. Äh. Äh. Fernkampf. Ist der überhaupt in Range? Der hier. Nachteil. Okay, warte mal. Dann sollten wir vielleicht erst mal uns einen kleinen Ticken nach vorne bewegen. Damit wir in Range sind für den Fernkampfangriff. Ach, das dauert manchmal einfach relativ lange. Fünfzehn leben und drei sind es. Aber die haben schon zum Teil Schaden, ne? Ist denn der dritte? Interessant. Interessant. Fünf Schaden. Mhm. Ah, da oben ist noch einer. Spock. Na klar. Mhm. Oh, sie rennen auch Dingens zu? Okay. Interessant. Der rennt auf mich zu und greift mich auch an, oder? Nein, tut er nicht. Okay. So. Ähm. Fünfzig Prozent Chance hat das noch. Das ist ja... Neuer Fall. Sind wir im Nachteil? Oh, nochmal einen Angriff. Zwei leben noch. Okay. Äh. Mithilfe des Rückzugs dann kannst du einen Nahkampfreich weiterhin des Gegners verlassen, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren. Okay, aber das ist ja ne... Schenkelschuss. Haupthandangriff. Angriff. Zerfleischen. Schaden. Blutung. Zwei Züge. Ähm. Wir könnten auch erstmal das wieder... Ne, das ist im Nachteil. Da sind wir im Nachteil. Da sind wir im Nachteil. Und da sind wir auch im Nachteil. Okay, warte mal. Dann anders. Dann... Zerfleischen war das Vieh tatsächlich nicht mal. Ach, scha... Sehr gut. Okay, das Vieh ist also... Ich das richtig interpretiere. Ach, Gelegenheitsangriff in der Gapereichweite. Oh mein Gott, das hier hat mich gerade mit acht gehittet. Aua. Neun Schaden auf sie. Ach, heilige Katte. Okay, das hat zum Glück viel geschlagen. Ähm... Uh, okay. Sie könnte das erste Vieh jetzt besiegen, aber dann werden wir wahrscheinlich einen von uns verlieren. Nein! Oh, ich hab mich verklickt. Ich hab grad Fehler gemacht. Und zwar einen großen, glaub ich. Ich kann wiederbeleben. Ich kann das machen. Ich kann... Neun... Ich muss das Vieh vor mir loswerden. Wir hatten das noch... Fünf... Acht, okay. Und wir haben Level Up. Das ist doch schon mal schön. Kann ich noch? Nein, kann ich nicht. Okay. Und wird jetzt wahrscheinlich einer von uns beiden... Ja, rauf gehen. Und... Das ist zum Glück daneben gegangen. Äh... Sterbend. Wenn die Trefferpunkte eines Mitglieds deiner Abenteuergruppe auf Null sinkt, ist das Mitglied sterbend. Dies ist der Zustand zwischen Tod und Leben und das Mitglied muss in jedem Zug um sein Leben würfeln. Wenn drei erfolgreiche würfen, stabilisiert es sich. Bei drei Misserfolgen stirbt es... Okay. Zu wissen... Äh... Sterbenden Charakter helfen... Das könnte auch nach hinten losgehen, ne? Aber wir machen es mal. Ja! Gruppe wurde besiegt. Okay. Spielladen. Äh... Okay. Alles klar. Gut. Wir sind das erste Mal draufgegangen. Okay. Ich hab's verkacken. Ich muss das defensiver machen, glaube ich. Ich darf da nicht zu aggressiv rangehen. Aber interessant, interessant, interessant. Äh... Äh... Ich muss zwischendurch auch öfter mal speichern. Die Frage ist jetzt halt, wie weit vorne fangen wir jetzt wieder an? Tatsächlich nicht sehr weit vorne. Okay. Okay. Hier kommt jetzt wieder die Aussage mit Salz, was auch? Tja. 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 Die kennen wir ja alles schon. I... Remember the ship. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Hmmm. I don't recognize the first thing we might have escaped, but we still have these little monsters on our heads Wir brauchen uns. Und wir wissen beide, was am Ende ist. Eine Sache. Nur bevor wir gehen. Das kennen wir auch schon. Okay. Ich ignoriere jetzt mal ganz kurz. Ich werde die, obwohl eigentlich müsste ich nochmal, oder? Muss ich nochmal mit ihr reden? Äh. Muss wir? Kein Schmerz und ein kleines Mysterium. Danke. So. Ich bin sicher, dass wir gut zusammenkommen. Muss ich? Ich denke, es wird nicht helfen. Wir finden ein Weg, um uns zu retten, um diese Dinge zu retten. Wir haben keine Solidarität. Wenn du etwas herauskennen kannst, was uns helfen kann, ich bin alle Augen. Ich denke, wir gehen uns separat. Es gibt jemanden, dass ich mich da bin. Äh. Es gibt jemanden, dass ich mich da bin. Danke. Und du bist richtig. Es ist ein kleines Wettbewerb. Äh, äh, das hat Faktik nur reden wir mal. Tatsächlich nicht so. Jetzt müssen wir alles noch einmal einsammeln. So, da war der Hut drin. Da merke ich auch, schnell rennen oder so. Das ist mehr krass. So, voilà. Zack, den Mindflayer brauchen wir nicht. Äh, äh. Jetzt weiß ich da sogar mehr dran. Interessant, na, guck mal. So, das hatten wir schon. Wer hatte den Brief? Ah, die letzte Taste. Äh, da. Ups. Da, so. Den haben wir dann auch gelesen. Jetzt nochmal Meergras. Ich hab vorhin das andere Meergras da hinten nicht mitgenommen. Naja, passt jetzt. Ne, lass mich mal an dir vorbei. Danke. Danke. Und dann. Die haben sowieso nichts, ne? Die haben nichts. So. Oddpoint. Jetzt speichern, damit wir das alles nicht gleich nochmal machen müssen. Ich muss echt öfter speichern hier. Ähm. Das ist ja eins und zwei. Der hängt an mit Sporten. Rennt er nach vorne. Okay. Hm. Gar kein... Warte mal. Achso, weil ich keine Wurfwaffe habe. Er will uns seine Möglichkeit um 50% verringert. Uh, das war geil. Neun Schaden, Stufenaufstieg. Dann gehen wir noch ein Stück nach hinten. So, dann bücken die einmal nach vorne von mir aus. Wir haben den an, jetzt er hat gewonshottet. Das war luck. Good damage gerollt, würde ich sagen. Ähm. Zwei bis sieben Schaden. Zehn bis fünfzehn Schaden. Wir sind ja zweimal dran. Wir können den da immer mit dem Haupthandangriff bitten. Ähm. Dann machen wir mal kurz auch noch selber. Dann kommt der Angriff. So, darf es nicht selbst sein. Fünf bis fünfzehn. Zack, ist auch weg. Sehr gut. Das Vieh rennt auf mich zu. Das ist gar nicht so geil. Aber zack. Schaden. Das heißt, es hat noch sechs. So, haben wir noch mal den Schild angemacht, sicherheitshalber. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. Das könnte zu weit sein. Aber hey, was soll's. Dann Kampfangriff. 85. Sieben Schaden. Und? Tagbet. So ist es verschwinden. Lange Rast. Kurze Rast. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Ah. So. Stufenaufstieg. X. Alt Läuferstufe 2. Du hättest folgendes. Gesundheit hoch. Zauberplatz feucht. Neuer Zauber. Neuer Zauber. Passivwert erhalten. Stil. Zauber. Neuer Zauber. Passivwert erhalten. Lass sie hinzufügen. Neuer Gesamten Trefferpunkte. Neuer Zauber. Zwei Zauberplätze. Okay. Ah, okay. Nein. Okay. Nein, 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 nein. Abbrechen. Ich kann mit dem Charakter dann noch andere... Ach, so ist das. Okay, interessant. Äh, Zauber verfügbar. Äh, ein bisschen Erschlag. Und... Brennenhagel ist ein AE-Damage-Spill wahrscheinlich, ne? Können wir erst... Wir könnten alternativ auch einmal hier mitnehmen erst mal. Nein, Tierfreundschaften. Hört sich doch gut an. So, weiter. Äh, Bonus von plus zwei auf Fernkampfangriffe. Duell. Kampf mit zwei Waffen. Ne, Bogenschießen. Plus zwei auf Bogenschießen. Hört sich gut an. Ah ja, und sie ist Kleriker. Ach, sie ist Kleriker. Ah, Unterte vertreiben. Abwegbeschwören. Okay. Aha, aha, aha. Äh, vorbereitende Zauber, bekannte Zauber. Öh, es wollte okay sein. Agius, warte mal. In Geschoss. Uh. Grotisch. Ei, deine Kreatur, die du sehen kannst. Hier steht des Glaubens. Ist alles gut. Jetzt haben wir hier noch. Schutz vor gut und böse. Ja, das ist kein Beispiel. Habe ich schon durchgelesen. Heiligtum. Ich will nicht zum Ziel gegnerische Angriffe werden. Ja, okay. Äh, Banne. Äh, drei Kreaturen. Bis zu drei Kreaturen erhalten einen Malus von 1d4 auf ihren Angriffs- und Rettungswürfel. Okay. Befehle, Verzauberung, äh, Verzauberung, okay. Das ist vielleicht noch ganz interessant, aber Wunden heilen und heilende Worte, glaube ich, sind, oder heilende Swords sind, glaube ich, die beiden, die ich am nächsten noch brauchen werde zurzeit. Okay. Ja, das ist schon leer. Können wir noch plündern. Da kommen wir jetzt wieder hier hinten hin. Belladonna. Ah, das ist die Pflanze hier oben, ne? Oh, ja. Verzett freigeschaltet. Das Sublimat aus Belladonna. Das sind ja die Verschlinger, die wir gerade weggehauen haben, ne? Haben die irgendwas gehört? Oh, äh, äh, ich brenne. Ich Idiot. Aua. Auch nix. Wetter Adliger. Leer, leer, leer. Flächen, äh, äh, Flächen getreten, die gefährlich sein können, ja, okay. Ein Stück Sonnenbarn und ein Rapp hier und ein Silbermedaillon. Äh. Feingearbeitetes Silbermedaillon für Papa eingraviert. Nicht Gold. Ach du Scheiße, es gibt ja noch Gewichte. Ach ja, da oben, ich sieh's schon. Ja, okay. Ich hab nicht Slots, sondern ich hab Gewicht, was ich mit tun kann. Okay. Äh, es gibt hier ganz, ganz viel Müll auch. See, I see, I see. Schädel und so ein Kram, das ist alles zum Verkaufen. Vier bis elf Schaden. Kann ich denn jetzt nicht auf den zweiten Zauberat, oder? So. Wette Heizkette. Die macht ja nix, ne? Die bringt mir ja nix. Können wir die Finger und so ein Kram ausrüsten. Leichte Armbrust. Vier bis elf. Vier bis, oh, okay. Ein D8 plus drei. Die Armbrüste sind ja wahrscheinlich alle gleich, ne? Genau, die kann ich dann auch ganz gut verkaufen. Wir haben noch ein zweites Rapp hier. Langschwert ausgerüstet ist. Was haben wir denn unten? Bin verwirrt. Achso. Okay, wir haben Rapp hier. Und das Rapp hier ist... Zweihändige Waffe, oder was? Ei, okay. Das ist Großschwert. Nein. Langschwert und das Rapp hier. Geht das? Nein, man kann nur das Rapp hier auswählen. Weiß mal, okay. Ah ja, okay. Hey, das ist dann einhändig. Oder halt, wenn ich jetzt die beiden nehme, ist es halt zweihändig, ne? Ja, okay. Hab's verstanden. Ich kann auch einfach auf den Slots gucken. Dann bin ich nicht ganz aufgeschmissen und nicht ganz so dämlich. Aber hier ist halt immer nur einfach so, okay, guck mal, das ist halt da, ne? Kannst du dann verkaufen. Ist halt einfach irrelevant. Unterwäsche. Ei, 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 okay. Schuhe, das sind die, die ausgerüstet sind. Helm. Ach ja, stimmt. Wir können den Helm. Äh, einmal ausblenden. Umhang haben wir keinen. Okay. Ah, ich see, ich see, ich see. Oh. Woher kommen wir denn hier jetzt noch? Ist halt auch so die Frage. Ob wir liege Truhe? Ob wir liege Truhe irgendwo da vorne? Wo ist denn jetzt? Ach so, das ist sie mit dem. Ah, da oben ist noch irgendwas. Die ist leer, die ist leer. Boah. Wo kommt man denn jetzt hier überall hin und wo nicht? Wo ist denn jetzt hier überall hin und wo nicht? Tut da gar nicht schön da. Beitrank, ärztliche Knolle. Alter, wo können wir denn hier überall hin? Ei, 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 ei. Okay, das ist ja completely open-worlded hier gerade, wa? Wo ist noch ein toter Gedankenschein? Ah, da ist die Truhe, okay. Komm ich hier irgendwie hoch? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Dann hoch. Einfaches Gift. Was haben wir hier? Trank der Geschwindigkeit. Leeren Knolle, Stachel, irgendwas. Okay. Stacheln die Gedingungen. Okay, okay, okay. Essie, Essie. Gut. Gut. Passt nie was. Ist okay. Hier eine Belladonna. Mehr Gras. Kommen wir also nicht mehr wirklich weit. Donner nehmen wir noch mit. Das ist mehr Gras von hier. Nehmen wir noch mit. Oh, Alchemie. Äh, ich komme zu toll. Die Negrube hat alchemistische Zutaten gefunden. Sammle sie in einem einzelnen, äh, einzigen Inventar und setze Alchemie ein, um einige Tränkegifte und, äh, Elixiere herzustellen. Okay. Alchemie. Tränke. Feiertrank. Dafür brauche ich das. Okay, Elixiere. Äh, Feiertrissens. Granaten. Okay. Weder Präsenz. Okay. Das ist halt echt zu groß alles hier. Oh, niemand. Also. Nochmal ein neues Stück. Also, Asche. Oh, da hinten ist wer. Okay. Ähm, ja. Interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, ich gehe mal davon aus, dass die Tür da hinten dann zu ist, oder? Ich kann ja nicht. Ja, alles gut. So. Da wieder einer, ich wollte gerade sagen. Bleib gefälligst tot. Danke. Äh, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder durch Feuer laufe. Aber, wie doof ich nun mal bin. Hat ich schon, naja. Hat ich schon. Überbrucherte Ruine. Alte Tür. Ah. Another entrance. Maybe. Ja. Ähm, aber den suchen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Reingehauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.